Liebe Rapid-Fans, diese Woche in der Rapid-Viertelstunde auf W24 gratulieren wir einer Rapid-Legende zum Geburtstag. Und zwar Rudi Weinhofer, der eigentlich seltene Interviews gibt, für uns aber Rede und Antwort stand. Viermal Meister, viermal Cupsieger wurde er mit dem SK Rapid und diese Woche feiert er seinen 58. Geburtstag. Ich bin in acht Jahren viermal Meister und viermal Cupsieger geworden, einmal im Europacup-Finale. Und ich sage, es gibt nichts Schöneres, vor allem, wenn du zweimal Double-Sieger geworden bist. Das ist was Herrliches und natürlich, wenn du der Tabi gewinnt, wenn du die Nummer Eins bist in Wien, das ist immer das Allerschönste. Dann gibt es natürlich ein aktuelles Update zur derzeitigen Situation, wie es mit der Fußballmeisterschaft weitergeht. Und vieles mehr seht ihr in der Rapid-Viertelstunde auf W24, Freitag 19.15 Uhr. Vielen Dank.